Ohoho Da ist einer gar nie hingebaut Nur ein Gegner Ja, kannst du mal ein Airhead werfen auf die Kirche bitte? Geduld! Haben wir genug Leute, die die LKWs gerade hochfahren? Ja, die sind gerade dabei Boi Ich sehe nur nichts dank dem ganzen Smoke hier Ja, die eskalieren halt schon, oder? Leute Bitte mal 10 Minuten klappen Ja, ich weiß Bleib mal ruhig da hinter mir Warte doch mal, bis der scheiß Smoke weg ist Ah ne, ich mal in Kolonne, könnt ihr fahren Ich weiß Ähm, ich hab das noch Ich hab das als Kommandant Ja Ich hab das noch warten Ah da, Established Ja Ja, Moment, wenn der LKW den Panzer wegdrückt Alter Ich kann da runterfahren Panzer die first gegen die Mauer Oh Leute Könnt ihr nicht Selbst schuld wer so'n Quatsch machen will Leiden! Leiden! Äh, das ist doch nicht das Problem, dass man ein Foto machen will Schauen wir uns rechts einschwenken Hier rechts einschwenken Na, und mit dem Discord Ja, Mann Ja, Mann Ach so, haben wir das jetzt schon wieder geändert In den Spieleinstellungen Ich weiß nicht, ob wir uns noch auf irgendetwas geeinigt haben Also ich wär ganz froh, wenn ich's nicht mehr am Steam Namen haben wollte, wirst du dürfen könnte Der kommt von oben, den kannst du eh nicht in die Kirche reinsetzen Bei Steam werden wir's auf jeden Fall beibehalten Äh, ja Es wird ja so, dass hinten nix steht Ich weiß, Markus, war deine Frage beantwortet? Hallo Ja Markus, siehst du so aus, wie du grade klinkst? Bitte was? Nee, morg's, mein ich Warum? Du klingst mega müde, Alter Der ist smart, und der Panther-Girl und mir, den kriegt keiner Waa Waa Ach, da waren die Zähne auseinander Ich bin sehr K.O. vom vielen Sport Ah, alles klar Runter von meinem Panzer, runter Eieiei Noch so einer hier Kein Auto Was denn? Oh nein Wie geil ist die Runter von meinem Panzer, runter Ohhohohoho Nein, mal ein Kilometer Fahrrad fahren Wir sind das ganze Wochenende durch die Normandie gelaufen, hallo? Hehehehe Ent- bis Sonntags-Spaziergang, Mensch Ja genau Sibirien, Sibirien Wir haben einen Ausflug gemacht, war mal die Belgien West-Nüchland Ja, damit du mal was gesehen hast Jetzt geht er seinem Arzt immer mal, ja ja, ich bin hier laufen Wöö Wollt ihr die Panzer und alles dann links stehen haben, oder? Wollt ihr mich jetzt mit dem Dach ausmachen? Ich bin sehr unzufrieden Dann fliegen die noch hoch Ehh Dieben machst, oder wer macht das Foto? Ich hab keine gute Grafikkarte, also am besten jemand mit einer starken Grafikkarte, der die Einstellungen auch hoch hat Du musst ne Puls Ne, du suchst ne Position aus und wenn die funktioniert, dann ist rechts daneben die Fläche, ist die drückbar So braucht ihr Supplies So braucht ihr Supplies So braucht ihr Supplies So braucht ihr Supplies Also nicht Möglich ist, dann ist sie auch nicht grün die Fläche Und du darfst jetzt auch nicht zu dicht an die Gegner da ran setzen, an die wo die ganzen Leute sind, weil sonst ist es nicht spawnbar Nächste? Er ist blockiert, also da oben bei dem Supply Truck Wollt ihr das Bild jetzt so machen wie die Panzer stehen? Oder was? Nein Nein Irgendwer hat gesagt, wir sollen hier hinfahren Jetzt stehen wir hier nebeneinander wie auf dem Weihnachtsmarkt Scheiße aus Die Idee war eigentlich, dass wir das an der Also bei mir, dass wir das da an der Mauer machen Ja komm dann, Blitz voraus, dahin parken Alle Infanterie weg, alle Infanterie auf die Seite Irgendwo wo sie nichts stören Quasi dass die Villa auf 155 Grad im Hintergrund ist Lass doch erstmal den Blitz fahren Panther Lass doch erstmal den Blitz fahren Panther Lass denn doch mal Platz zum Rangieren da Ja, bleib ruhig Auch Granaten weglassen Curry Was denn? Was denn? Was denn? Du hast alles genau zu tun, weil wir machen wie bei Lass mich da mit hoch Lass mich da mit hoch Und dass er Richtung 2,80 schaut So dass die Also ein Kreuz ergibt So dass sich die Kanonen fast kreuzen So ein Dreieck Mit unserer Stummelkanone Ja egal Passt Bisschen zurückschieben 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 Noch ein Stück Panzer Halt Ja das war zu weit Meter vor So ist es gut Bisschen noch zurückrollen für den halben Meter Ja gut so Passt Dann stellt sich der Truck neben den Sherman Und der Opel Blitz Neben dem Panther Und die die schon parken Bitte Motor ohne aus Und die Infanterie verschwindet bitte Nicht dass sich jemand über den Haufen gefahren wird Wenn nicht, wenn mich im Blitz irgendjemand mal kurz rückwärts einweist Weil ich sehe nichts Ein bisschen Du musst mit dem Arsch nach links von dir aus gesehen Ein bisschen fest So Genau du fährst beim Panther Rechts weiter mit dem Blitz Rechts Dreh zu mir Dreh zu mir Ich bin der hüpft Dreh zu mir Dreh zu mir Kann ich nicht nur zum Panther gehen Im besten Fall Im besten Fall auch nicht unbedingt auf die Fahrzeuge Sondern schon nur zwei Reihe vor den Fahrzeugen So wir sind an Die hier stehen alle ein bisschen weiter nach innen Und bitte die Gardinen vor dem Gesicht dann weg machen Also auf Ami Seite Achso Oh sorry Auf Ami Seite Auf Ami Seite Auf Ami Seite Wiss ich nicht mehr nicht Ja Macht ja auch Sinn Achso Auf die deutsche Seite wird das wohl nix mit der 2er Reihe Da laufen noch ein paar Runde Deutsche rechts irgendwie Näher rein bitte Hier Deutsche Stellt euch davor Die rennt auch immer rechts Eine Reihe hier aufs Gemüse Die zweite Reihe presst davor So Ich liebe schon ein Plan funktionieren Du lässt uns vielleicht nochmal einen Schritt vor Guck mal hierher Curry kannst du das hart uns alles ausschalten Aufschließen Top Und die anderen zwei hinter mir Auf das Gemüse Nach Hause Nicht schießen bitte Genau Keiner schmeißt dich das Keiner schießt das Hey Venom Du hast wunderschöne Augen Der hat zwei Minuten Hey Bruder Es wurde schön nach fehlt Es ist schön, als wenn alle ruhig sind Bin wieder da Ich hab' einen Schrott weiter vor Da hat gerade jeder über seine Statistik nachgedacht Wenn er jetzt So alle Deutschen die jetzt noch irgendwo in der Gegend rumschwirren und nicht Schön hinstellen da Und jetzt ein Bombing Run Hau 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 M corre Hau Hau Ist er rasieren können hier? Das erkenne ich doch noch bis hier. Leute, jetzt mach doch mal ernst. Ja, sorry, ich war so stressig heute. Ich bin nie fertig. Das ist keine Ausrede. Entschuldigung, Captain. Kommt noch jemand? Ich. Bitte? Was ist mit Timo? Eine Minute. Ja, Timo und Lord versuchen sich noch reinzusortieren. Jo, warten wir auf die zwei, ihr bleibt jetzt schön stehen. Alle Augen zu mir. Kando ist auf der falschen Seite. Alle Augen, nicht alle Kugeln. Aufpass, ich hab Granate in der Hand. Scheiß Granate. Ich hab Granate gehört? Ja, zur Hölle war das jetzt. Nice. So schwer. Ne, Mutter gleich da. Warum? Mutter gleich da. Soll ich mal gucken wer es war? Der kriegt den Kamerbund? Ups, mein Fehler. Reicht raus. Das ist alles auf Video. Super. Irgendwie war das klar, dass das passiert. Ja, klar. Von. Ja. Alle haben sich jetzt so ordentlich hin, bitte. Klar. Warte, ich muss noch ordentlich hin. Von vorne. Keiner tut mir. Boah. Himmel war schon schwer in hell. Jetzt sind hier erstmal alle. Maddy, kannst du was mit einer Wirbelsäule anfangen? Ja, ja. Multiculti. Weiß ich nicht, wo ich einbauen kann. Ja, kann er nicht. Das ist das Gute an einen G-Schütze. Weil man hat keine Granaten. Ja, das haben sich alle gesprengt. Ist egal, wir haben in dem deutschen Sporttruck noch da. Ich kann sonst gewinnen sein. Ich kann sonst gewinnen sein. Ich kann sonst gewinnen sein. Ja, ich kann sonst gewinnen sein. Ich kann sonst gewinnen sein. Ich kann sonst gewinnen sein. Die Panzer auch noch gleich mit. Keiner schießt. Keiner schießt. Jetzt nimmt jeder sein verpackten Päckchen in die Hand. Ne, wir haben seine Hand in die Hand. Damit das nicht normal passiert. Vielleicht müssen wir ganz weiter mal jemanden in die Fahrzeuge einstellen. Oder den Hammer. Ja. Ja, das ist, weil die da hinten noch laufen. Ja, der Hammer. Das holt sich jetzt mal kurz an den Kopf. Vielleicht macht mal einer den Panther aus. Wäre vielleicht nicht so freundlich, den da wer einsetzt. Der Panther läuft doch nicht. Der Panther ist doch gar nicht. Der Panther läuft. Der Panther läuft. Der Panther läuft. Nein, das ist das Aufklärungsfahrzeug. Der Panther ist aus. Alles gut, Werner. Das ist das Aufklärungsfahrzeug der Deutschen. Aber so 350. Ich habe schon gesagt, das wird Spielclay losgehen. Schüttelfrost. Ah, wir haben noch 10 Minuten. Das packen wir schon irgendwie nicht. Ja, das sehe ich auch so. Wenn die Leute abklären, was spielt, wäre schon schön gewesen. Ich stelle mir meine Soldaten dahin und dann gehe ich meinen großen Soldaten ausgehen. Weil der rastet ein bisschen raus hier. Bis gleich. Ja, lass uns hier. Wenn du jetzt das Foto bitte schnell machen und dann. Wir fahren noch, was passiert. Auf dem Bus und Fotos gilt Vermummungsverbot. Wir sind gekippt. Corona. Chalka, du bist in der vorderen. Du sollst dich gleich noch stoppen. Ja, weil ich sehe ja nicht mehr die Augen. Äh, ja. Aber okay. Ich habe ja einen Spaten vor der Fresse. Kann ich ja auch nicht. Pass mal auf. Probier mal, ob er echt ist. Ich denke, ich will die gerne voller Fracht zu sehen sein. Alle, das Gewehr in die Hand. Da kommt noch einer. Schalka knedig hin zu sagen. Komm mal. Schalka kommt die Pille und Fotokosten. Nach oben zielen. Leer auf der Sache explodieren. Oh, schön. Im Hintergrund. Super. Achtung. Eins. Zwei. Drei. Feuer. Feuer einstellen. Jetzt nochmal eins. Ich weiß nicht, wenn er gerade erst ankommt. Was denn? Er hat ja nicht. Panda, das war aber gerade ein Game hier. Exekutiert ihn. Was geschafft? War doch auch mal lustig. Kolonialkriege mit dem Loadout hier nachspielen. Man schafft Fotos hier. Schönes Linien-Battle. So, fertig. Huchu. Wir sind durch. Haben wir's? Wir haben's. Ja, wir haben's. Jetzt könnt ihr euch alle sprengen. Granaten los. Granaten los. Also ich bin nicht mit aus dem Weg. Ja. Aber es ist mir egal. Aber es ist mir egal. Es ist ab und zu. Ja, ja. Klar. Ja. So. Das ist doch ein schöner Knall. Was hat der denn? Das ist doch geil. Das ist doch geil. Das ist doch geil. Oh Mann. Okay, dann gehen wir erst in die Drehzahl.